Schon vorher am Renntag haben wir gesagt, die GS-Rennen sind ja nicht so leicht, wie sie aussehen. Sherlock jetzt mit Nummer 7 auf 1600 gegen einige Distanzspezialisten. Ein gutes Zugpferd, denke ich, wirst du auf jeden Fall finden, weil es sind eigentlich sehr, sehr gute Pferde drinnen, von dem her eben gute Lage finden und das Bestmögliche rausholen. Wie gesagt, der ist selber auch so gut, wie die anderen sind. Ich denke nicht, dass ich hier den Nachteil habe, wobei es ja immer auf den Rennverlauf ankommt und speziell in diesen Rennen auf 1600 Meter und da ist die Nummer 7 natürlich nicht so von Vorteil. Aber wer weiß, was passiert. Wenn wir richtige Rennverläufe vorfinden, dann können in dem Rennen sicher drei, vier Pferde das Rennen für sich entscheiden und gewinnen. Crazy Take Venus 1600 Meter Rennen mit doch einigen schnellen Pferden, einigen Pferden, die deutlich gewinnreicher sind. Aufgabe wird nicht leicht, aber letzte Woche starkes Rennen und zügige Rennen mag sie. Wird vermutlich auch eines werden, somit Chance wieder unter den ersten drei zu sein ist da. Kann aber auch sein, dass sie vielleicht gar nicht im Geld ist, oder? Wie siehst du das Rennen? Ich sehe das Rennen schon. Ich glaube, das Rennen wird sehr gut passen. Sie hat statt um eins, sie muss einmal nicht auf die Todesspur oder zweite Spur. Sie geht an der Innenkante immer am besten, weil sie ist trotzdem schon neun Jahre alt und hat sehr große Schlachten geliefert. Also ich gebe mir eine gute Chance unter die ersten drei, weil vielleicht komme ich, bin ich das zweite Pferd hinter den Hansi und habe ein Vierpferd. Also mit eins fangen sie sehr gut an. Ich glaube, dass sie eine gute Chance hat, unter die ersten zwei zu sein. Ja, Santiago Daimont, der trifft, sage ich mal, eine passende Prüfung an. Gewinnen muss man jedes Rennen einmal, aber er kommt doch aus komplett anderer Klasse und auch endlich mal erste Reihe. Startschnell ist er, das heißt Abfahrt und nach Hause ist das Ziel. Ja, so denke ich das auch. Er kommt aus einer sehr starken Garnitur, wo er es eigentlich immer sehr schwer schon gehabt hat. Diese Garnitur ist sehr gut für ihn. Normal, normal. Ich denke, er sollte gewinnen. Ossi Venus, für dich jetzt noch ein Fragezeichen. Du kennst das Pferd aus den Rennen, als Gegnerin. Du hast jetzt auch noch keine Infos, keine Näherin, aber du weißt, dass sie sehr schnell beginnt. Ich glaube, das wirst du ausnutzen wollen, um eine gute Lage zu finden. Ja, vor allem auf 16 Meter. Ich brauche auf nichts warten. Pferd fängt riesig an. Ob ich jetzt die Spitze bekomme gegen Santiago Teiermund, werden wir eh sehen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen und dann halt abwarten, was mein Hauptgegner für mich, Santiago Teiermund, eben der Liechtenwirt der Hansi, dann macht. Und das eher kurzfristig entscheiden, zurücknehmen oder weiterfahren. Das siebte Rennen der Priär, ein DGS-Rennen bis 250, da gleich zwei Teilnehmerablauf mit dem Dog bei Gut. Start Nummer zwei, innere Nummer. Er kann gut beginnen, das wirst du auch versuchen. Aber noch besser beginnen kann die Ossi Venus, die Erich Kugel steuert. Für mich ist das ein ziemlich offenes Rennen, weil ja alle acht Pferde durchaus ein wenig können besitzen. Von dem her ist da alles möglich, vom Sieg bis zu einem schlechten Abschneiden. Aber ja, wie siehst du die Aufgabe? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es sind ja viele gute Beginner drin, muss man sagen. Auf 1600 wird, glaube ich, fast jeder losfahren. Ich auch, ich versuche mal an die Innenkante zu kommen, gleich nach dem Start. Und dann vermute ich, dass Santiago Teiermund gleich mal bei mir sein wird. Und ja, wenn ich den als Rücken bekomme, bin ich sehr zufrieden. Die Ossi, aber eben schnelle Beginnerin. Glaubst du, dass sie sogar schnelles ein Santiago Teiermund ist? Du kennst ja den Santiago, war ja auch lange Zeit bei euch. Sie ist eine richtig gute Beginnerin, Santiago Teiermund auch. Und ich glaube, dass die äußere Nummer vielleicht, um an Santiago vorbeizulaufen, zu schwierig sein wird.